Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl. Wir gehen wieder in den Dungeon und holen Nachschub für den Laden. Und das geht schon rum. Aber da gibt es fette Beute, ich habe schon gesehen. Zack, 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 zack. Sehr gut. Ja, der Raum hat sich schon mal ausgezahlt. Kann man gar nicht anders formulieren. Hoppana, zack. Da ist leider nichts. Hoppana, zack. Und weiter geht's. Au. 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 So, jetzt ist sie. Halt, nicht weg. Oh, Glück gehabt. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. La, 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 la. Dum, dum. Ah, da sind wir für Sonnenraum. Haben wir schon aber alles gelesen, oder? Ja. Mystery Dungeons. Jawohl. Hoppana, ich wollte keinen Trank nehmen. Egal. Ich wollte eigentlich rollen. Ich habe mich verdrückt wieder einmal. Super. Ah, da meine. Quelle, Quelle. Quelle heilen. So. Mal schauen, die jetzt spinnen. Wer ist hin? Wow. Wer ist auch erledigt, endlich. Wer ist auch hin? Schauen wir mal jetzt. Mist, Fink. Dreck jetzt. So. Der ist auch erledigt. Oh, das geht gut. Also, die Waffe, die aufgerüstet, die hat sie schon bezahlt gemacht. Sehr gut. Ein Haufen Stoff und Gießerei-Dingens. Supi. Und weiter geht's. Möchte ich mich heilen? Ah, bin ich nicht so schlimm werden. Haha. Verkaufen wir es halt noch. Wow. Das war gut. Das war auch nicht schlecht. Okay. Werksatz an uns. Hier geht's weiter. So. Und dann müssen wir noch, ähm, die andere Seite gucken. Ein schönes Bad, das ist immer schön. Na, da, da. So. Den haben wir, den haben wir. Den, oh Gott. Das ist Schleim. Das ist hübsend, der Klump hat da echt. Geh, geh ein. Ah, Schäte sind. Eingehen. Ah, sehr gut. Was haben wir da Schönes dran? Äh, auch wieder diese Gießerei-Reste. Hoppala. Und, äh, Stoffwetzen. Sehr gut. Hoppala. Pasen ab und runter. So. Der ist hin. Sehr gut. Hoppala. Der ist auch erledigt. Das ist sehr gut. Der ist auch erledigt. Das ist auch sehr gut. Es fehlt nur noch diese Faust da oben. Passt. Sauber. Und, was haben wir hier drin? Ja. Gefäß. Das nehmen wir gerne mit. Und noch ein Wischzettel. Setz. Na. Jetzt wollte ich gerade hauen. Verstehst du? Alter. Ja. Ah, jetzt auch. Mistviech. Der Patz. Geht ja. So. Okay, da geht es nicht weiter. Dann gehen wir wieder. Sehr gut. Dann können wir schon zur nächsten Ebene. Das läuft super. Einmal können wir sie voll, also vielleicht, vielleicht voll heilen. Schauen wir mal. Oh, geht sie fast aus. So. Und auf zum nächsten. So. Das geht echt schon gut. Servus. Aquataraka. Wir fangen mal oben an. Ah, das ist fies. Na? So, ja. Wow. Der wird verschwinden. So. Bitte nein. Scheiße. Hopp. So. Nehmen wir ja wieder das Zeug. Wow. So. Zack. Und zack. Dann fich. So. Haben wir die. Wunderbar. Das ist super. Upsa. Upsa. Und weiter. Quelle brauchen wir noch nicht. Vielleicht nachher. So. Wann haben wir denn da? Zack. Na, hau weg. Geht ja. Wow. Vorsicht. Oh. Jawoll. Der ist weg. Der ist hoffentlich auch gleich weg. Sehr gut. Wow. So. Zack. 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 Fast. Jetzt ist er weg. Nicht leicht zu finden. Bla bla. Moonlighter. Ah, das hatten wir schon. Goldkissen. Jawoll. Äh. Ja. Was haben wir da drin? Boah. So viele Freizeit? Drei gleich? Wow. Das ist viel. Dann schauen wir uns noch einen Raum an. Und mehr haben wir dann. Wir gehen eh nicht. Nein. Nicht umdrehen. So ist gut. Zack. Zack. Jawoll. Sehr gut. Ah. Ist schon essig. Ist schon essig. Haben wir schon keinen Platz mehr. Was wäre denn entbehrlich? Stränke sind gar nichts, ne? Dann schauen wir mal. Schade. Was wir hier noch haben. Wow. Mhm. Gehen wir das mal so. Das kann ich wahrscheinlich nicht drauf geben, ne? Hoppala. Das war verkehrt. Entschuldigung. Na. Das klappt so nicht. Ähm. Das ist entbehrlich. Ich glaub sowas. Ähm. Ich denk sowas. Was? Ich bin immer noch nicht. Ähm. Ich bin immer noch nicht dahinter, was das bedeutet eigentlich. Ob wir was wechseln müssen, oder... Puh. Keine Ahnung. Das ist ein Golem-Ding. Das ist auch schade, ne? Da können wir das mit die Ranken getrost da lassen. So. Es macht eigentlich gar keinen Sinn weiter zu suchen, ne? Schauen wir mal, ob wir das behalten dürfen. Ah. Jetzt macht sie's auf. Okay. Ein bisschen warten müssen wir. Jo. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Zur Stadt bitte. Sehr gut. Haben wir gar nicht so schlecht abgeräumt eigentlich. Das war eine gute Runde. So. Und Zeit haben auch noch genug. Rein mit uns in den Laden. Ah, warte. Eins wollte ich noch vormachen. Genau. Eins wollte ich noch machen. Können wir was für unseren Shop kaufen? Shop. Das wird noch nicht gehen, ne? Um das zu kaufen, brauchst du einen größeren Laden. Ah, na wirklich? Steigere deine Popularität von Rienoka, indem du weitere Dungeons freischaltest und den Shop erweiterst. Ah, ja. Und das geht? Achttausend. Achttausend. Diese Ladenerweiterung erlaubt Händlern das Dekorieren, um ihre Kunden zu erfreuen und fügt zusätzlichen Platz für Gegenstände zu. Das ist geil. Na, ich will das haben. Danke. First Investment. Haben wir eine Steam-Währung in Schaft bekommen. Ah, jetzt geht er bauen. Ja. Coole Schuhe. Das freut mich. Investition. Ah, wir haben einen neuen Händler. Wander-Krämer. Also 20.000 kostet ein Schnäbchen. Als Straßenhändler habe ich die ganze Welt bereist. Immer auf der Suche nach Objekten, die andere inspirieren. Sieh dir meinen Wagen an, um deinen Laden für Kunden noch attraktiver zu machen. Cool. Vielleicht deine Kohle nicht. Du nix haben, Geld, Freund. Stimmt, wir haben nix Geld. Deshalb müssen wir Geld machen. Darf ich rein? Das nenne ich eine... Tja, da ist eine ordentliche Arbeit herst. Was? Man erkennt... Was? Man erkennt kein Unterschied. Naja, Schönheit kommt von innen. Ich dachte, der ist ein bisschen größer geworden. Hat sie mich gedäuscht wahrscheinlich. Oh. Aha. Ah, da können wir... Gibt's da jetzt ne neue Kohleoption oder was? Was ist das? Spendable Kunden. Jeder Besucher legt seine Zahlung ein großzügiges Trinkgeld bei. Oh, wie cool ist denn das? Ah, da gibt's sechs verschiedene Items dafür. Oh, wie cool ist denn das? Das ist schon cool. Was haben wir hier platzieren? Spendable Kunden. Jeder Besucher legt seine Zahlung ein. Ach so, das sind diese... Ach so. Oh. Oh. Jetzt komm ich erst mit. Das Laden ist cool. Jetzt komm ich da erst mit, weil wir es so schön dekoriert haben. Das gefällt den Kunden. Sie geben mehr Kohle. Ich nehme zwei Drohnen hier. Eine Drohne mehr. Oh, wie cool. Da lege ich auch gleich drei dazu, oder? Nein, ich müsste mal verzaubern. Dann machen wir Geld draus. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ich freu mich grad. Tut mir leid, ich freu mich grad. Ja, bis auf den Stoff bin ich eigentlich schon zufrieden. Bisschen stapeln wäre nicht schlecht, ne? Dann haben wir ja bisschen mehr Platz. Von dem Zeug haben wir eigentlich auch mal was. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ähm. Nein, das ist halt schon wenig. Das sollte man vielleicht ein bisschen horten. Bis wir wirklich fünf haben, oder so. So ein Fünferstack. Viererstack würde ich sagen, gehen noch. Aber so vierer, Fünferstacks, glaub ich, sollten schon haben. Mindestens acht, so wie der, glaub ich. Jo. Passt. Mei, ich freu mich grad herst. Schön. Ähm. Was, was verkauft man? Aha, von dem werd ich auch... Na, passt. Können wir eigentlich hergeben. Vergesst, was ich gesagt hab. Oder sagen wollte. So. Ähm. Ich probier's einmal so. Ich hab keine Ahnung, wie wir jetzt auch schon mit dem Geld... 30 ist das wenigste. Das heißt, ich darf da... Oder weißt du was? Ich probier's mit 40. So. Oder 50. Nehmen wir gleich 50. So. Wie schauen wir da aus? 15, 20, würde ich sagen 18. Dann haben wir hier 300, 400. Dürfte sich um 350 handeln. Und hier haben wir... Überzahlung 2,75. Pff. Joa. 2,75. So. Ich find das grad so cool. Gut. Dann machen wir mal auf. Grüß euch, die Damen und die Herren. Wir haben hier ganz tolle Sachen. Bitte. Ja. Das freut sich schon. Sehr gut. Geht ihr schon los? Immer her mit der Marie. Sehr gut. Gut. Dann kann man schon was Neues platzieren. Ich würd sagen Eisen. Wie schauen wir da aus? Ähm. 25. Ich versteh schon. Ähm. Nein. So. Genau. Ähm. Und hier unten können wir auch was platzieren. Ich würd sagen das da. Ähm. 110 ist das nächste. So. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Ein Held. Das ist ihm zu teuer. Okay. Ähm. 200 ist zu viel. Dann würd ich sagen. Machen wir 150. Das ist super. Danke. Okay. Was war das jetzt eigentlich? Wollen wir am nächsten Mal schauen. Was ist das für ein Symbol eigentlich? Ist das nicht immer zu viel? Zer auf. 150 ist ihm auch noch zu teuer. Ich glaub ich träum ey. Dann machen wir 100. Jetzt geht er glaube ich. Na noch nicht. Ich glaub eine Chance hab ich noch. Ah. Jetzt hat's wer anders genommen. L. T. Hey. Hey. Ein Dieb. Ein Dieb. War das jetzt gerade ein Dieb? Oh. Ne. Oder? War das jetzt ein Ladendieb? Hab ich noch Tränke? Ja. Oh. Ich glaub ich träum. Wir können glaub ich alles mitnehmen. Ihr braucht ja glaub ich gar nicht. Gar nicht traurig sein. Oder knausrig sein. Wir haben da so viel Zeug. Ich glaub ich träum. Wollt mich das jetzt gerade wieder gestohlen? Ich fang's dann jetzt echt. Lärm auch. Wirklich? Santi. Ist das unglaublich? Ähm. 115. Was haben wir da? Ah. Da sind wir fertig. Gut. Da kann man bei 110 bleiben. Das passt. Was haben wir hier? 280 würde ich sagen. Also 75 haben wir ja. Äh. Und hier sind wir mit 110. Passt. Danke. Ich glaub ich träum. Ist ja nicht zu fassen sowas. Das ist echt. Das ist echt nicht zu glauben. Oh. Da kommen sie. Wollen wir nur mehr in der Kasse ständig. So. Es ist einfach nur unglaublich. Wirklich. So. Stoff. So. Da können wir jetzt getrost auf 280. Also 75 habe ich gesagt, ne? Und hier kann man, denke ich mal, auf die 100 gehen. Boah. Boah. Alter Schwere. Ähm. Die haben da wischt. Die haben da wischt. Die haben da wischt. Mist. Fink. Du. Das ist ja nicht zu glauben. Sowas. Echt. Diebstahl. So. Das da. Und das da. Und das da. Und das da. So. Wir haben hier 100. Das ist gut. Dann haben wir hier 300. Können wir 350 machen. Dann haben wir hier 100. Ähm. Ich glaube. Machen wir 90. Und hier haben wir 120. Okay. Ich ging schon. Dankeschön. Dankeschön. So. Dann. Das Schwertelein. Dann. Können wir das auch noch. So. Das Schwert mit 140. Ähm. Ich würd. Ich würd sagen. Boah. Das wird. Na. Mit 150. 145. Ähm. Und hier. 10. Ja. 5 müsste passen. Da geht noch was. Hm. So. 60 hat noch keiner. Lilly. Danke. Tschüss. Du bist so ein Dieb. Wie schau ich denn auf? Ich seh dich du Gauner. Ich seh dich du Gauner. Na. Schleich dich. Watsch. Unglaublich. So. Ja. So. Was hatten wir? Äh. Da werden wir wieder drunter gehen. Nein. So. So. Hi. Machen wir den Tisch wieder voll, ich brauche unbedingt Sachen zum heilen und so, ne? 25, das passt mir. Und unten unser letztes Produkt, das wir haben. Ja, dann sind wir alles los. 100, 150, dann müsste das 125 sein. Sehr gut. Da kommen sie. Halt! Hammer dich. Du Wirschtl. So. Ich bin schon da. Dankeschön. Das wird voll spannend mit dem Dieb. Echt voll cool. Ka-ching. 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 War's das? Ja. Ich glaube, so viel Geld wie heute haben wir noch nie verdient. Wow. Also das ist echt ein schönes Sümmchen. 11.855 Goldmützen. Alter, Späte. Und ein Gangstand wurde uns gestohlen, ja. Episch. Also das ist cool. Und das Allerschönste ist, wir haben nix mehr. Wir sind eine Pleite. Episch. Das macht Freude. Wirklich, muss ich sagen. Das ist schön. In die Stadt investieren. Ich möchte extra gern den da haben. Aber das geht noch nicht. Verzaubern wäre gut. So, ja. Hoppala. Da und da. Hallo. Ich möchte gern was verzaubern. Hm? Hm? Ja. Der wär gut. Ah, geht ja. Äh, willst du verzaubern? Äh, ich bitte. Mhm. Ja. Wusch. Wusch. So. Tränke bringt mir leider nix, weil ich hab nix. Ich bin arm. Äh, das muss so passen. So. Ähm. Schauen wir uns mal kurz den Brucksack um an. So. Wir haben jetzt dazu bekommen Sprint, glaube ich. Ne? Wir können schneller hatschen. Okay. Hm. Ja. Ist, glaube ich, okay. Da, 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 da. Ähm. Ja, würde sagen, gehen wir wieder in den Dungeon, ne? Ein paar Minuten hätten wir noch. Das dürfte sich vielleicht sogar für heute noch ausgehen für den Part hier. Das müsste passen. Da, 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 da. Und auf geht's. Das fünfte Tor in einem Dungeon passieren. Wenn wir das schaffen, schalten wir wahrscheinlich den nächsten Dungeon frei, oder so, ne? Boah, da brauchen wir noch lange, bis wir das hinkriegen. Glaub ich. Da, 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 da. Und der ist nochmal erledigt. Sehr gut. Bastia ist auch erledigt. Sehr gut. Bastia ist auch erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Dann nächster Raum. Dann gehen wir mal da rüber. Das wird knapp. Hey, du Watschka. Geht ja. Weiß nicht. Oh, da ist noch. Ah, ist wurscht. Ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Küb aus dem Dings gewesen. Wow. Okay, ein bisschen Abstand. Zack, zack. Zack, zack. Bastia, müssen wir aber später hin. Hier geht es nämlich weiter. Ich wollte nur sagen, die hier wollte ich eigentlich kaputthauen. Okay, ist nichts dran. War ich jetzt ein Skelett übersehen? Nein. Das passiert mir nämlich eigentlich nie. So, da ist nichts drin. Ja, ein Bad wäre gut. Ach. So, ist angenehm. Da waren wir schon. Hoppala. Äh. 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 Passt. Sehr gut. So. Okay. Passt. Der ist gut gegangen. Der ist echt gut gegangen. Boah. Der ist echt gut gegangen. Das schau ich ja so mit. So. Da. Die haben wir auch. Da sind auch noch zwei. Passt. Sehr gut. Puh. Passt. Ah. Nein. Dieses Golem Dingens. Scheiße. Okay. Da sind wir fertig. Gut. Dann gehen wir wieder. Oder besser. Wir gehen weiter. Na das geht echt schon ganz gut. Glaube ich. Wenn ich das mal so unverblüht sagen darf. Jo. Ein bisschen planschen. Jo. Das passt genau. Oh. Hä? Was ist jetzt? Haben wir da nicht schon? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin jetzt sichtlich und ernsthaft verwirrt. Und dann sind die Viecher wieder da. Aber da gar nicht drin. Bin ich echt schon so doof? Ja. Kann schon sein. So. Zack. Ah ja. Wir sind drüben. Hä? Nein. Ich glaube ich fehl mich gerade selber. Egal. Zack. 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 Und zack. Zack. Passt. Was haben wir da schönes drin? Oh. Ja. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. Ah. Ich hab mich verdrückt. Entschuldigung. Oh. Mit einem Schlag kaputt. Ey. Du bist Viech. Ja. Seht ihr? Oh. Der war ordentlich. So. Dann geht's da noch rauf. Ah. Das sind wir hier. Gibt's was Neues? Sie sind wie Motten. Nein. Gibt's nix. Gut. Platsch. So. Dann hier rüber. Dann. Dann. Hä? Wo war der jetzt eigentlich der Weiterweg? Jetzt ganz blöd. Der war da oben, ne? Da oben. Da rechts. Da rüben, oder? Eben so blöd. Ja, da ist er. Und tschüss. So. Boah, da haben wir schon wieder eine halbe Stunde. Boah, die Zeit vergeht. Das ist so gemein. Oh, das Spiel ist ja lustig, so lustig. Ich mag das Spiel. So. Dann schauen wir, was wir da kriegen können. Boah, was bist du für Viech? Hast du ein Rolli? Komm. Wie kommt er rein? Willkommen. Da auch damaged. Ah, ich dachte, er kann hier vielleicht durchbrechen. Also, das verwirrt mich. Hallo? Ah, so geht's auch. Ich hab mich einfach mal mit dem Besen geschnappt. Sehr gut. Nicht viel Platz haben wir noch. Oh, da geht schon noch was. Was, der ist aber eigentlich nicht. So, bekonzentriert sein. Was, hat er gehauen? Oh, der K. Was war denn das jetzt? Alter, ist der gerade explodiert? So bist du Fink. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaub, wir sind voll. Kann man irgendwas sortieren? Na. Passt, dann hauen wir ab, würde ich sagen. Da drüben noch. Nix. Passt. Dann rauschen wir wieder ab. Hui. Ich brauch einen größeren Rucksack. Auf alle Fälle. So, mal schauen, was wir bekommen haben. Ah, Schwert anhaufen. Stoff auch noch. Sehr gut. Das passt. Das passt. So. Passt und es wird geschmellert. Perfektes Ende für den heutigen Part. Ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns. Wo geht's denn dahin? Beim nächsten Mal, wollte ich sagen. Aha. Dungeons. Oh. 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 Das ist dann. Tschüssi.